Boah, das ist ja mega riesig und mega open. So, und damit herzlich willkommen zurück zu TTT. Playlist-Link in der Beschreibung. Wir haben jetzt eine übergreifende Playlist für alle Folgen, kanalübergreifend also. Und da seht ihr auch die Videos in richtiger Reihenfolge. Wir haben das nochmal resettet. Ich glaube, das hier ist jetzt Folge 8. Ja, du musst 5 auf deinen letzten drauf rechnen. Ich glaube, du hast 3, ne? Ja, ich war 6. Und ja, wir warten immer noch auf Playlist-Links. Irgendwie neue Traitor-Waffen, neue Maps, Sachen, die cool sind. Wobei, wir entdecken gerade echt viele neue Maps. Alter, hier ist ja ein Helikopter-Platz. Da sind einfach alle Waffen drauf. Ist ja übel, ne? Ist so ein bisschen wie so ein... Mega-Sanktast. Mega-Sanktast. Er ist doch grundsätzlich bei uns, oder? Eigentlich ja. Ja, okay, war gut. Aber die ist eh, glaube ich, ziemlich langweilig, oder? Ob wir nur mit einer AWP wegballern. Ja. Okay, wollt ihr die Maps spielen? Weil die ist halt echt groß. Na klar. Ja, warum nicht? Oh. Ich sehe dich, Johnny. Was? Ja, aber dann sieht man halt doch immer. Ich kann dich sehen. Ah, Jomans, lass ihn mal! Für mich den American Sniper ist ja geil. Ja, nee. Von allen Seiten jetzt werden ihr geschossen, ey. Ich sehe dich. Ich bin ein bisschen runtergefallen. Okay. Okay, ich sehe dich immer noch, Johnny. Ich schieße gleich auf jedes Fenster, bis du schreist und ich weiß, dass du da hockst. Ja, soll ich mal neben dich schießen, damit du Angst kriegst? Ich komm. Nein. Fuck, Mann, hör auf! Oh, was ist denn hier? Wo bist du denn? Kann man in das Haus fallen? Ah, ja, ich hab dich angeschossen. Ich komm hier. Oh, lol. Man kann nicht unendlich lange tauchen. Ich hab jetzt Damage bekommen dadurch. Ich wurde angeschossen. Kann man auch in das Haus fallen? Es ist nicht Johnny gewesen. Ich sehe nix. Die Map ist ja irgendwie ein bisschen groß. Besser hin. Ja, ich sehe Zola. Zola ist damaged. Zola, wo seid ihr denn alle? Verrat's mir. Ich glaube, es war Kevin. Von wo? Ich bin irgendwo unten am Arsch der Welt, Alter. Beim fucking Becher, Alter. Was ist denn das Blaue? Kommt man da irgendwo hin? Ich muss echt mal die Gebäude mir anschauen. Oh, lol. Ich hab Schüsse gesehen. Witzigerweise nur gesehen. Oh, da hinten hab ich wen gesehen. Am Horizont. Aber wirklich Kilometer weit weg. Ich hab ne Explosion gehört. Irgendwas hat nach Taube sich angehört, glaube ich. Zola, lebst du noch? Ja. Johnny, lebst du noch? Wer ist das da? Ich bin das. Was hast du für ne Waffe? Ja, ne Pistole. Und noch? Also nichts. Nur ne Pistole? Ja. Wieso das denn? Schwach. Weil ich bisher noch nichts gefunden hab. Weil ich hier Wasser gerade gespäten hatte. Es liegen überall Waffen rum. Ich hab aber noch nichts eingesammelt. Ah, schon wieder angeschossen. Es ist Kevin. Es ist safe for Kevin. Es ist safe for Kevin. Es ist safe for Kevin. Ok, wo ist denn Kevin? Ich hab keine Ahnung. Doch die sind auf der anderen Seite. Ich hab auch keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung, wovon ich angeschossen wurde. Ich hab nur Damage. Oh, hier liegt ne Leiche. Confirm. Ja. Oh no. Hä? Was denn? Hä? Kutscher? Hä? Auf mich wird geschossen. Ah von da hinten. Ich seh's. Ich seh's. Kevin und irgendwer noch. Gute Aussage. Oh nein. Sola ist hinten auf der Festung da. Auf der anderen Festung. Oben. Er ist super low. Super low. Irgendwie 10 HP oder sowas. Wer ist der zweite? Johnny? Ja. Johnny. Ah, Johnny ist wirklich tot? Ne. Ne, Kutscher ist tot. Aber warum redet Johnny nicht? Weiß ich nicht. Johnny! Alter, was ist das hier? Ich hätte ihn einfach machen. Ich seh halt auch hinein. Oh, hier ist ein Portal. Niemanden. Oh, Sola. Sola. Drüben, drüben. Oh, nicht. Auf der anderen Seite. Ne, das ist ne ziemlich... Er ist elf Kilometer entfernt. Boah, echt? Johohoho. Oh, guck mal vorbei. Ja, warte mal. Ich hab jetzt... Ich laufe jetzt einfach und hoffe, dass ihr mich nicht findet. Ich hab jetzt wieder Reset. Er ist irgendwo weiter links jetzt. Ja, hier geradeaus. Aber der läuft da irgendwie links lang oder rechts lang jetzt halt, wenn das jetzt weiß. Was hast du gemacht? What the fuck? Oh, ja, ja, ja. Oh, Mann, ey. Hä? Oh. Jetzt wird spannend. Aber Sola hat fast gar kein Leben. Ich frag mich, wie viel Leben Kutscher noch hatte. Oh, Sola. Ja, wo schießt'n du? Das klingt, als wärst du zehn Kilometer entfernt. Ja, bin ich auch. Ich glaub, deswegen mach ich auch kein Amage. Hä? Ne, du triffst einfach nicht, du Lappen. Warte mal. Ich seh' nicht mehr deinen Kreis, wo bist du? Sola, lauf einfach weg. Die Zeit. Die Zeit. Holy shit. 40 Sekunden. Oh, Mann, ey. Lauf, 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 lauf. Ja, er rennt ganz woanders hin. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Oh. Ich dachte, der wäre runtergefallen. Warte mal. Oh, das sieht gut aus. Die laufen in komplett andere Richtung. Ey, wenn du willst es doch auch. Alter, du bist halt einfach immer dann fünf Kilometer entfernt, ey. Er hat sogar ein Ding ins... Findet ihn nicht? Ein Radar? Oh Gott, er rennt auch viel zu. Oh, das wird super close. Ja, da. Zehn Sekunden. Wende. Ah, bitte. Oh, perfekt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der wird bald da. Never ever. Oh, ist das bitter, ey. Mann, Kutscha, ey. Wir sind gestorben. Ihr habt euch immer so richtig knapp line of sighted dran. Ja, ja, ja. Richtig close. Wenn du in die Ecke gegangen bist, ist Sola gerade hintereinander verschwunden. Beim Schiff war es einfach richtig close. Wie waren die Timer? Ah, da war es schon. Oh, Mann, wieso bist du gestorben, Kutscha? Sola hat mich getötet. Sola hat mich getötet. Echt? Wie viel Leben hattest du noch? Weiß ich gar nicht, Alter. 20 oder so? Du warst halt... Also, ne? Kaminrot. Kamin. Ist das Sniper? Das ist geil. Ich will mir da gerade Jollys Identität klauen. Da kommst du mir eckig. Ich geb dir kurz nen Headshot und klau deine. Richtig geused. Aber ich find dieses... Okay, Kamin, wenn jetzt einer von uns scheint, hat uns an Lucky. Ja, das ist nicht so useful mit 5 Leuten. Ey, gut, du musst dich erstmal treffen, ne? Eigentlich musst du irgendwie nen Lebenden, die dich kommen, ohne dass das merkt. Ja. Aber das geht halt nicht. Ich dachte, dass du es eben bei Max probieren würdest. Lass uns Frieden durch dieses Portal schreißen. Das Problem ist, wenn ich das mache... Schießt du mich nicht zurück an? Ja, warum soll ich dich anschließen? Dann hab ich dir jetzt schon dreimal versucht zu töten. Ich? Ich? Dich? Ja, warum? Wollte nicht. Hä? Ich scheiß selber, wenn du zurückschießt. Ich steh kurz. Warte, 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 noch nicht. Wir durch das Portal. Wo siehst du mich denn? Dann sind wir wieder mit dem gleichen Problem. Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt schon. Ich geh zu halten, Tackle-Winter. What? Campen. Okay, jetzt sind wir frei. Da ist frei, wo du ist. Ah, da. Hi. Okay. Jawoll. Als ob schon. Wo? Ich hab Kutscher. Ohne. Was ist? Ich hab Kutscher, er war Traitor. Ich lebe noch. Achso. Sola? Ich hab Sola richtig im Auge. Hört ihr mich? Oh nein. Wenn der nur kleine Faxen macht, der hat einen Headshot. Ihr hört mich, oder? Ja. Kann sein, dass ich nur für mich höre. Oh, Taube! Taube, Sola, 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 Sola. Gegen die Brücke. Oh Mann, ey. Richtig unlucky. Der hat auch Red Bull. Wo war der? Wo war der Kevin? Der hat einen Bunny, Bunny Jab. Mann, ich komm hier nicht hoch. Wo? Bei dem, grünes Haus? Bei dem Helikopterding. Helikopter? Helikopterplatz, link, an der Ecke, das grüne Gebäude, große. Dieses, mit den verschiedenen Grüntönen? Ja, 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 ja. Der ist da irgendwo. Irgendwo da. Weiß nicht, ob er jetzt schon nach oben gegangen ist, oder nicht? Ja, die, die beide Gebäude haben verschiedene Grüntöne. Das hellere, an der roten Säule? Ne, das nicht am Haus liegt. Auf der anderen Seite. Vom Spielplatz. Vom Budel. Einfach, dass das ein Sandkasten ist, Mann. Ah ja, okay, IC. Gut. Ich sehe halt niemanden, Alter. Hätte ich aber grad auch nicht, muss ich sagen. Ne, das ist ja aus der Plan gewesen. Aber du hast Bunny Hop. Also bist du wahrscheinlich... Alter, wie oft ich so noch schon versucht habe, zu töten in der Runde ist. Er ist oben drauf, oben drauf. Ah ja, er ist oben. Okay. Nein. Der Bunny Hop da auf den... Oh. Drunter rein? Max? Ja. Ich lebe noch, alles gut. Er geht durchs Portal, der ist durchs Portal gegangen. Hä? Ich bin da durchs Portal gegangen. Du bist das. Ja, aber ich dachte, du hast gesagt... Er ist oben rechts drauf. Passt auf. Oben rechts? Achso, durchs... Durchs Portal kommt man hoch, oder was? Ja. Bei der roten Säule das grüne Haus. Hast du ihn? Nein. Er ist low. Er ist super low. Ja, nice. Die war für's komplett... Cancer, Alter. Wobei, ich glaub, ich bin immer nur schlecht mit der. Die ist interessant. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Ach, die ist gut, die ist gut. Ja? Welche denn? Aber du darfst nicht im Zoom schießen. Ah, okay. Ich dachte schon. Das war schon irgendwie so die Augen. Ach, guck mal. So ist die richtig genau, ey. Wie ist das mit der Sniper, mit der Scout auf Entfernung? Muss man da vorziehen? Ne, eigentlich auch im Kopf. Also einfach direkt drauf. Die hat keine Ballistik. Ne, ne, ne. Ich bin gerade in der Luft gespawnt und gefallen und gestorben. Nice. Hier allgemein mit Sniper ist immer drauf. Okay. Alles klar. Immer drauf. Die Taube, Mann. Ich glaub, ich hätte die Taube getroffen, hätte ich die scaringen können. Alter, jo. Hätte ich jetzt nichts rausbekommen, denk ich. Gutschein, bist du noch da? Oh, diese Scheißbrücke, Alter. Ja. Richtig anlackig, ey. Richtig anlackig, ey. Oh, Mann, ey. Huch. Hä? Kann ich hier nicht durch... Alter, ich hab instant eine Explosion gehört. Jo, ich glaub, es ist Kevin. Ich schweiß nur noch Granat, Alter. Hörst du Granat, Alter? Okay. Ja. Okay. Okay. Warum? Weiß ich nicht. Er steht hier oben und feuert die komplett runter. Ich wäre in Silvester, Alter. Man sieht seit original nichts. Ich hab geschossen. Oh shit. Wieso? Ich wollte gucken, ob man dieses rote Ding explodieren lassen kann. Aha. Die Antwort ist nein. Okay. Oh, hallo. Alter, was? Du bist grad an der Idee. Oh mein Gott, du... Ich seh dich nicht. Du hast so ein Ding an. Was? Ja. Alter, ich dachte, du redest mit mir. Ich dachte, du kommst hoch. Ich dachte, du bist das. Nee, hier ist, Alter. Ich glaub, es ist Kutscher. Ist ja unsichtbar. Echt? Immer Deathrigger, Alter. Nee, nee, nee. Der hat Disguiser hier. Damit man nicht weiß, wer er ist. Und ein Baseballschläger. Aber warum beißt du denn... Ach so, lol. Den feier ich. Kutscher, lebst du noch? Sola? Sola! Alter, dieses... Ja, ich bin da. Diese Mehrgeschwindigkeit, die brauchen wir auf jeden Fall auf der Map, Alter. Hast du gut mitgedacht, Sola? Den Kutscher tot, oder? Glaub ich ihn. Aber es kann auch... Das kann auch Fake Buddy sein. Ja, kannst du ihn entdingsen? Ich hab Angst. Ey, ich trau mich nicht ran. Der hat einen Baseballschläger. Der hofft mich in die Fresse. Alter! Kann der, wer auch immer das ist, aufhören? Schon wieder Kutscher tot? Was... Was ist denn mit dem, ey? Schon wieder Traitor. Ja, wie gesagt, ich glaube aber, er kann noch leben. What is happening? Ach so. War das One? Hast du einen One-Shutter gekillt? Nee, nicht wirklich. Aber der kann es zwischendurch angemacht haben. Ich dachte, ich kann einen Baseballschläger aufnehmen, aber das geht nicht, ne? Das... Nee, nee. Obwohl... Mel-Launcher kann man ja aufgeben, aber der hat dann meist keine Muni mehr. Wo hast du ihn getötet, Alter? Das war richtig witzig, wenn man so auf Maps, wo es Melonen gibt, den Launcher wieder aufladen könnte. Das wäre sogar echt witzig. Ohne Helikopter. Die Hände sind glatt. Ich glaube, es ist Kevin. Es ist Johnny, es ist Johnny. 100%. Was? Ja, ich habe gerade sowohl Max als auch Kevin gesehen und die hatten beide nicht dieses Speed-Ding in der Hand. Oder ist es Kutcher? Aha! Ich habe doch Kutcher getötet. Ja, aber ist er denn safe to? Confirmed Dead? Er weiß von uns, ob du dich getrickt hast. Er ist Confirmed Dead da. Ja, Confirmed Dead heißt ja schon mal gar nichts in dem Spiel. Alter, okay. Fick dich. Was kann er jetzt noch sein? Ich will ihn mir anschauen. Was kann jetzt noch sein, wenn er Confirmed Dead ist? Weiß ich nicht. Zola? Na Fake Buddy, oder? Johnny? Ja. Ja. Ich glaube Fake Buddy kann man confirm. Also, also. Wo hast du ihn jetzt getötet? Ja, aber war er, bevor ihr ihn confirmed habt, schon confirmed? Keine Ahnung. Weil dann ist es ja Fake Buddy, wenn es automatisch confirmed ist. Sorry, sorry, sorry. Ich habe geschossen. Oder? War doch so. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube Kutcher ist, so bewandert bin ich in dem Thema auch nicht. Kutcher, der ist halt immer so wie bei Harry Potter mit dem Stein der Auferstehung, Alter. Da spielt der immer mit rum. Er ist auf einmal immer wieder da, ey. Oh Mann. Dann wird ihn einfach nicht los. Ja. Okay, er kichert. Ich glaube, er ist wirklich tot. Oder auch nicht. Alter, wieso schießt du mich an, du? Er hat echt Heiligstümmer des Todes. Johnny schieß, Johnny schieß. Ja, dann. Ich habe ihn. Hä? Zola? Ja. Kevin? Ich gebe noch. Johnny? Dann confirm. Warte. Wieso hat der mich angeschossen, Alter? Kevin? Worte hat dich denn angeschossen? Das ist eh doch, lol. Aber wieso schießt er mich an, der fucking Troll? Ey, wo war das denn? Ja, hier oben bei den Zelten. Ey, ey, ey. Warum bist du fort, Max? Ich bin gerade runtergesprungen. Wo bist du mal wieder? Ja. Aber warum hat er, hat er irgendwas gesagt? Ja, hat er einfach angeschossen. Keine Ahnung. Er hat mich halt verdächtigt. Na, was hat Kevin verdächtigt gemacht? Weiß ich nicht. Das war AFK, der Fichser. Oh Mann, ich hasse das. Ich töte ihn, wenn er... Ich töte ihn jetzt. Wer war jetzt der zweite? Weißt du, Opfer hier meine Points, damit ich den wiederbelebe. Wer hast du ihn wiederbelebt? Und du bist AFK, Alter. Und ich komme nur spontan und lege einfach beide rum. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Alter. Weil für mich war es so obvious, dass Kevin das ist. Warum denn? Weil er die ganze Zeit gefragt hat, wo hast du denn Kutscher umgebracht? Na, wo hast du ihn denn umgebracht? Ja, ich wollte es halt wissen. In dem Moment, wo Kevin diesen Move gemacht hat, Johnny schießt auf mich, wusste ich, dass Kevin Trader ist. What the fuck, was ist das für eine Waffe? Ja, ich weiß, aber... Ich hab das dicke Errorzeichen als Waffe. Ja, warte mal. Ja, stimmt, wenn du einfach... Ich hab den jetzt einfach weggebracht. Ich hab den jetzt einfach weggebracht. Das ist eine dicke Waffe, what the fuck. Guck mal hier. Was? Ich hab's jetzt auch. Errorzeichen. Was schießen wir mit? Was schießen wir mit? Was schießen wir mit? Alter, wir hatten ein Errorzeichen im Kopf. Ihr habt beide zwei Errorzeichen. Errorzeichen? Alter, hört mal auf. Ihr schießt die ganze Zeit. Das ist eine shotgun. Jo, hört mal auf damit. Ihr habt mich fast getötet, Alter. Echt? Ja, ich hab zwar keine Charge drin. Ich will dich irgendwie abschießen, muss ich sagen. Error, Error, Error. Nein, bitte nicht. Kevin. Alter, ist aber richtig krass, ey. Ich schieß noch, wo, David? Jo. So, bin ich dann... Ich geh erstmal Kutscher suchen. Ich bin doch hier. Wo? Ich bin ja nicht. Warum? Dann wird das auf Kavas. What the fuck? Verdient, verdient. Kann ich doch nicht riechen. Soll man auch hier? Okay, ich geh da mal weg, dass man wieder ein bisschen zu klein ist. Hallo! Boah! Alter, hast du mich gerade geschossen, Alter. Ich nicht, ne, aber... Wer war das? Weiß ich nicht. Kevin hat mich... Entweder Kevin oder so... Nein, wer hat mich abgeschossen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Alter, wenn einer von euch mich schon wieder abgeschossen hat, ich hasse euch. Oh, irgendwer schießt mit einer K? Ich hör's nicht mal. Mich siehst du, Kevin. Mich siehst du. Ich hab ne Schock gelangt. Anscheinend auf einem anderen Ende der Welt. Direkt einen in die Schnauze, Mann. Direkt einen in die Schnauze? Hallo! Ey, Kevin ist das die ganze Zeit. Ey, ich seh's. Kevin hat mich die ganze Zeit abgeschossen, hat sich zugegeben. Wie schlecht das sein, ey. Du Wichser! Ja, was soll denn das? Einfach auf gar gehen. Ja, es passiert den besten, Mann. Ey. Könnt mich doch trotzdem nicht einfach wegmachen. Mann. Nie einfach wegmachen hier. Mein Gott, Alter. Ich krieg hier wirklich einen Cock in den Arsch. Ja. Aber mich. Da oben ist irgendwer am Hocken. Ich bin hier oben. Ja, hier. Pass mal auf. Nico, Stinkel, Stinkel. Warte mal. Nico, Stinkel, Stinkel. Nö. Kannst du ja nicht kämpfen. Nö. Ich hab das große Arrow überm Kopf. Alter. Ja, toll. Wo seid ihr da bei der Johnny? Ich glaub ich bin einfach... Wow. Was ist das? Ich hör was? Ah, pass auf! Ich hör was komisches. Was war das? Was war das? Was war das? Ja. Wie diese... Waren das diese... Hä, Kai? Ich hab so'n... Ja, ich auch. Ich glaub das ist immer das Portal benutzt. Ja, warte. Guck mal. Nee, das ist nicht. War richtig weird. Warte mal. Wo ist denn Johnny? Keine Ahnung. Johnny? Johnny? Aber schon überlang nicht, oder? Ja, aber dann kannst du's ja nur sein, wenn du ihn getötet hast. Wieso? Wenn er tot ist. Ah, ich hab'n Kutscher. Ich hab'n Kutscher. Was? Nein, warum ich? Okay, ne doch nicht Kutscher, sorry. What the fuck, Alter. Ich werd' hier grundlos angeschossen, ey. Grundlos beschoben. Aber bei euch geht übel die Party. Ich verstehste. Ich wollte nur erstmal zur Sicherheit Kutscher sagen, falls ich sterbe und... Joa, erstmal was sagen, ne? Joa, ha, 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 ha. Ich sag' immer was zum Hand of Blood, Hand of Blood. Äh, Kevin, Johnny. Ey, ich hab von irgendwas was... Ey, Kevin hör'n mal auf jetzt. Hat's geraubt? Ja. Hey, aber Kevin schießt die 24-7-Ball nicht ab, oder was? Kevin schießt die ganze Zeit nicht ab, ja schießt... Mach den Feiner weg jetzt, Alter. Ja, weil... Weiß ich nicht, weil er wieder... Das verdichtigt. Warum, Alter? Du weißt es nicht. Entweder... Ich weiß es nicht. Ey, ohne Wintern langsam krieg ich wirklich zu viel. Allein schon, wie du jetzt wieder läufst, Alter. Jetzt wirst du im Traitor-Shot, du Wichser. Was denn? Ja, ich... Ich mach dich jetzt weg. Alter, ey, ohne Wintern ist einfach nur richtiger Rakan. Irgendwer hat mich abgeschossen mit einer Scout. Irgendwer hat mich abgeschossen mit einer Scout. Ich hab immer noch nur ne Shotgun. Ja, irgendwer irgendwo... mit einer Scout. Mit einer Scout? Ich hab... Ich hab's... in... 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 hier gehört. In der Erde? Ich hab's in der Erde gehört. Da hinten seh ich einen. Kutscher? Ja, ich bin hier. Oh, da ist der Aero-Boy. Jetzt seh ich ihn. Okay. Aber wie gesagt... Oh, Kevin. Ja, aber Kutscher war hier in der Nähe. Nein! Ich halte das nicht aus. Ich schieße mit dir. Das ist am Aero-Zeichen, Alter. Alter, irgendwer schießt. Max schießt die Waffe. Max hat... Sieht balanced aus, die Waffe, Alter. Hast du ihn weggemacht, Kevin? Yo! Okay, nice. Alter, das Ding ist ja komplett broken. Okay, wir sollten ohne die Waffe spielen, um ehrlich zu sein. Ja, wer... Oh! Ich hab nicht so einen riesen Aero in meinem Kopf. Ja gut, weil das macht sich halt sichtbar. Kutscher, ihr habt dich im Auge. Du weißt, dass das Ding mal schadet. Ja, ist ja gut. What? Alter, hör doch mal auf, ey! Ich hab nicht mal grad geschossen. Hör, wer schießt? Ich hab geschossen. Ich weiß, dass das Kutscher ist. Warum? Wenn wir nur noch drei sind und du es nicht bist, dann schießt die Waffe. Wir sind nur noch drei sind und ich es nicht bin, ne? Ja. Yo, macht Sinn, Kevin. Macht Sinn, ne? Vielleicht ist es auch so da, du Lappen. Ja, dann... Hä? Aber... Er schießt auf mich. Ja, es ist Kutscher. Sie schießt auch einfach auf mich. Nee, ich weiß, dass du es bist, aber... Ja, ich weiß, dass du es bist, wenn Johnny tot ist. Ja, genau. Ja, aber wieso sollte Johnny tot sein? Weiß ich ja nicht so, oder hat das gesagt? Ich verstehe es jetzt hier alles. 40 Sekunden, ich camp jetzt, whatever. Was ist das für eine Waffe, Alter? Die Runde ist mir alles zu viel, Alter. Die Waffe ist übel, die... Und genau. Die ist übel delayed, der Schuss kommt voll spät durch. Ja, Kutscher, kommst du mir ab, gerade? Ja, Kutscher, 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 Kutscher. Ach, Mann, die Webmap ist kacke, Alter. Wusste ich doch. Drecksmap. Ey, was ist das für eine Waffe? Ja, ohne Witz. Ich komm mit der Schrot auf ihn zu, denken, ja, den snacken wir uns jetzt mit Kutscher gemeinsam. Und er knallt mich einfach... One-Shot voll weg! Ja, gut, aber ich meine, dafür hat er halt ein fettes Errorzeichen in der Fresse. Ja, trotzdem. Ja, trotzdem, Alter. Du kannst dich ja nicht... Du schießt mich über die halbe Map ab und ich krieg 20.000 Schaden, ey. Ja, ist halt komplett dumm. Hast du nachfehlen? Das war halt echt nicht legend, ey. Okay, ohne das Errorzeichen. Aber Johnny, wie bist denn du gestorben? Hat ich Max dich betönt? Ich hör mit der Möwe weggehauen. Obvious. Obvious. Wusste ich doch, ey. Die gute alte Opfermöwe. Ich würd' sagen, die Möwe, komm, wir das nächste Mal auch mal wieder rausnehmen. Ey, aber da bist du einfach vor mir hergelaufen. Ich war im Dunkel, Alter, hinter dir. Auf einmal kommst du durchs Portal. Ich so, na gut, mach ich mit der Taube. Hätt ich auch mit einer noch mal Waffe machen können. Ja, aber generell nicht tauschen, okay. Alter, nochmal Eno. Es gibt halt solche und solche Maps. Gibt ja auch schon wieder Eno, Alter. Ich bin auch wieder. Ich auch. Ich war die Map irgendwie schon achtmal Traitor, ey. Ich war noch nicht einmal Traitor auf der Map. Und auf der Map stirbt man halt einfach ohne was dafür zu können. Ja, das stimmt. Und war mal an der Taube weg, Alter. Die Map ist echt belastend, ey. Wir haben noch nix getan hier. Ich glaub, ich hab noch keinen Kill. Komm mal ab, Johnny. Guck mal, verpiss dich. Du bist doch hier. Ja, ich bin in der Ecke. Ich muss raus. Ja, dann geh runter hier. Ja, ich geh ja. Runter, du gehst nicht runter. Ich geh durchs Portal. Das Portal ist woanders du laufst. Ich geh durchs Portal. Sekunde. Ich geh durch das Portal. Eieieiei. Entweder Johnny hat mich abgeschossen oder einer. Ne, ich bin durchs Portal. Okay, du kleiner Fick. Ja, jetzt reicht's mir. Was war das für ne Waffe? Hä? Oh, da ist Kevin. Was ist das für ne Waffe, Kevin? Was ist das schon wieder? Ich hab ne, ich hab ne Sniper. Was ist das für ein Geräusch? Werden das gemacht? Was wurde auf dich geschossen? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab auf jeden Fall nur 55 Leben. Also ich hatte ne Shotgun. Ja, das war glaub ich keine Shotgun. Also Kevin hat die grad aus dem Häuschen gesnipet. Ja, damit war's doch schlecht, Kevin. Nö, 55 Haare. Long Range Headshots, das ist meistens Kevin, Leute. Das ist verdächtig auf jeden Fall. Das war kein Headshots, das wärste Tod. Ich sehe halt auch, ich schieße auf Kevin jetzt. Seid ihr alle irgendwo im Haus oder so, Alter? Ich schieße auf Kevin. Okay, aber warum, also die Beweislage ist jetzt nicht so eindeutig. Ist relativ dünn, ja. Kutcher? Kutcher? Okay, dann ist es wohl Kevin, ja? Nee, der hat mich auf mich geschossen. Ja, wo seid ihr denn, Alter? Der hat sich nicht gewehrt? Ich hab keinen Plan. Ja, ja, ich hab mich gewehrt. Ja, ich kann hingehen und zeigen, dass er interessant ist, aber ich glaub schon, dass er mit Kevin ist. Das weiß ich ja nicht. Wenn der mich hier anschießt. Ja, aber du kannst trotzdem gucken, ob er Traitor ist. Weil es kann ja auch generell... Wow! Wow! Auf mich wurde er mit der Laserwaffe geschossen. Bist du tot? Nein. Ich bin nicht tot. Bist du tot? Äh, wahrscheinlich nicht, ey. Bei mir hat die Laserwaffe vom Fuck ausgeholt. Ja, pass auf, Junge. Ich hab dich im Verdacht. Ja. Kevin hoppelt hier wie so ein Hase. Der Solareda auch gar nicht mehr. Ach so, jetzt... Auf mich wird geschossen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kevin ist es nicht. Auf mich wird halt gesnipt. Aber wo? Von wo? Keine Ahnung. Ich sehe Kevin. Ich helfe dir dann. Ah! Du bist tot. Irgendwer ist gestorben. Mit dem Schrei, Alter. Das war traurig. Wie das klang? Max? Hä? Wo bist du gestorben? Okay, Max. Ich mach das. Aber wo? Okay, Max. Ich werde dich rächen. Warte mal. Aber... Da seid ihr beide S, oder was? Nee, es ist du und Sola. Nee. Ich hätte einfach auf Kevin schießen sollen. Ich hab die ganze Zeit überlegt. Aber die Beweislage war halt wirklich nicht eindeutig. Ich glaube sogar Sola hat Kevin... Äh, Sola hat Kutscher weggemacht, weil er einfach da... Ja, aber warum hast du deinen Kutscher das erste Mal angeschossen? Ich hab ihn nicht angeschossen! Das war Sola. Ich sehe Sola. Glaubt ihr alle nur, weil irgendwer anschießt? Wo siehst du ihn denn? Ich möchte ihn töten. Im Haus im Gelben. Ja, nicht. Im Gelben? Ja. Wer war da? Er zeigt sich. Ich schieße auf ihn. Also entweder Kevin oder... Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, da ist er, tot. Hä, aber... Okay, das ist strange. Warte ich gehen, confirm? Ja. Du hast Kutscher hier... Kutscher, Kutscher hab ich getötet. Safe call. Aber oben, ne? Ja. Ja, warte da. Ich find hier nämlich keine Leiche von Kutscher. Ernsthaft nicht? Ja, hier ist wirklich keiner. Der kleine Sneaky Boy, Alter. Das wär halt insane, actually. Ja, ja. Also ich guck mal auf dem Haus hier noch. Vielleicht war da oben drauf. Jetzt wirklich keine Leiche oder trockst du gerade und du jukst mich? Hier ist einer. Der ist interessant. Dann bist du es. Wie gesagt, ich hab grad Sola getötet. Ich weiß, aber wir sind die letzten beiden, die leben. Und hier ist tot, oder was? Max, jetzt safe call? Nicht safe call. Aber du hast doch gesagt, dass Max gestorben ist. Ich hab ihn gesehen, ja, aber... Weitere noch. Große Problem für mich ist halt, dass du ein Snipe-Gott bist. Au! Ich bin runtergefallen. Das tut mir sehr leid für dich. Ich hoffe, dir geht es gut. Sehr. Ja. Also nur noch wir beide da, ja? Ja, ja. Na gut. Ja, hast du... Hast du das erstmal echt nicht auf Kutcher geschossen? Ja. Oh Mann. Ohhhh. Not bad. Sola hat noch gelebt. Kevin hat den erschossen, er hatte aber Death Ringer. Ich wollte eigentlich Fake-Leiche nehmen und nicht Death Ringer. Ja, ich wollt schon sagen, ey. Da liegt ja kein Leichtsteck. Das ist scheiße. Die droppt man einfach auf den Boden und ab dem Moment ist man confirmed dead, ne? Ja. Nein, du musst erst... Also man kann dann confirm, halt. Typ musst du den immer noch identifizieren. Okay. Schafft man da oben, schießt er. Aber warum nicht man dann immer gleich... Na gut. Weil man immer als Trater identifiziert wird, wenn die Leicht... Ach so, das war das. Kann man aber nicht Trater oder Industrient einstellen? Nein, geht bei der nicht. Ach so, aber manschlussverlangen geht das, ne? Ja. Ja. Das muss man unbedingt umstellen, das bringt nochmal richtig viel Tiefe dann mit rein. Bin ich auch, ja. Na gut. Ach du willst mich doch verarschen. Wieder Eno, Alter. Wieder Eno. Da Eno? Die Diegel leuchtet hier übel heftig auf der Map. Oh mein... Okay, komm mal kurz her. Ich dropp dir mal die Diegel. Kann man noch mal droppen mit? Wer weiß, ob das ne Diegel ist? Ne, ich schieß in die Luft, ich schieß in die Luft, okay? Die abgeschärfte Schrottflinte leuchtet aus, so. Ja, aber wieso vertraust du mir, dass ich da komme? Ich will dir nur zeigen, wie die leuchtet. Sieht richtig sick aus. Ja, aber... Du bist selber der Diegel. Ich will nicht in die Nähe von dir kommen. Aber meine leuchtet auch meine Five Seven. Ja, nimm mal so ne abgeschreckte Schrottflinte, die... Schrottflinte... Und so ne abgeschreckte Schrottflinte. Oha, halt. Tilted. Tilted. Tilted, voll rein. LPG just tilted. Alter, ich hab ne Explosion schon direkt gehört. Ich hab's auch gehört. Smokegranaten machen keine Explosionen, oder? Weiß ich nicht. Irgendwer schießt mich an! Alter, als ob mich einer abschießt, ey. Ich weiß nicht wer. Sola war's nicht. Laser. Ich seh'n Laser. Oh mein Gott. Oh Gott, ja. Da hin. Ich lebe noch. Irgendwer hat mich angeschossen. Der Laser macht gar keine Musik. Keine Ahnung von wo, aber irgendwer hat mich angeschossen. Ich seh' ich übel blitzen. Jetzt hör' ich wieder diese Grillen. Naja. Ich auch. Aber ich hab' nicht so viel Schaden bekommen. Aber irgendwo... Das kam auf jeden Fall von... Gegenüber von der anderen. Warte mal. In dem Haus war ich. Unten und oben war keiner. Also hier war safe call keiner. Kutscher, der mich abschießt mittlerweile. Der Pimmelkopf. Kutscher, lebst du noch? Der Laser ist halt echt komplett useless. Auch in der letzten Runde. Ich war... Der war richtig close bei Marx. Er hat einfach nicht getötet. Es ist... Lebt Kutscher denn überhaupt noch? Weiß er nicht. Keine Ahnung. Wer hat mich denn abgeschossen? Ich check das grad nicht. Sola, du? Ja, hab ich klar. Nicht, dass du wachst. Also Kutscher ist tot, ja? Hat jemand seine Leiche gesehen? Ich weiß ja nicht. Ja, ja, ja. Fake Buddy, Fake Buddy. Ich kann's nicht identifizieren. Hä? Ne, hier. Nicht Fake, sondern Deathringer oder so. Okay. Wer war im gelben Haus? Wer war im gelben Haus? Ich war da nicht. Ich war ganz weit weg. Ja, Kevin war wirklich im gelben Haus. Okay. Wer ist denn? Also Johnny oder Max? Wer ist denn? Angeschlossen. Von wo? Von wo? Von wo? Keine Ahnung. Ich höre nur, dass jemand nicht trifft. Ich sehe dich, aber ich schieße nicht. Also ich hab eben gerade Kevin... Oh, auf mich schießt wer? Ja, es ist Max, es ist Max. Warum? Weil ich genau aus der Richtung kam, mein Lieber. Mach schon kurz. Vor der Burg hab ich aber eben Kevin gesehen, ne? Von wo denn? Okay, Kevin oder Max? Also Sola hat jetzt einfach auf mich geschossen. Gut, der hatte ein kleines Motiv, aber kein... Na, ich lass euch den drüber. Okay, es war ja nur ein bisschen Damage. War ja nur ein Warnschuss. Na ja. Kevin ist es safe. Sola, von wo waren die denn? Ja, siehste? Ja, was ist... Warte mal, ich hab ihn grad abgeschossen und er ist in Rauch aufge... Was? Hä? Von wo? Von wo? Wo, 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 wo? Der war eben hier bei mir in der Nähe. Okay, ich sehe dich. Gib mir doch mal ein paar Infos. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin das 48 Kilometer. Hier am Haus, die grüne Burg. Davor war Kevin. Da, wo du hinläufst, Johnny. Da rechts bei der Burg. Geradezu rechts, wenn du rechts dich an der Wand hältst, bei der Burg. Ja. Hellbrauner oder... Achso. Oh, jemand kommt zu mir. Ich hör's. Irgendwer ist im Wasser. Ich... Echt? Irgendwer war im Wasser grad. Okay. Ich zünder mich auch. Ich steh halt nicht. Ich hab nur Wasser gehört. Ich stay hier mal. Oh, jetzt kommt der gleich hinter mir. Kevin? Ja. Und die ist verzweifelte. Ja, aber was war das? Ich hab ihn angeschossen. Der hat sich in Rauch aufgelöst. Das war weird. Hm. Vielleicht dieses, dass du bald stirbst danach? Nee. Dann wär ich jetzt schon tot. Ich glaub es war dieses... Äh... Nee, ich hab keine Ahnung was das ist. Wo sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Nein. Ich hab Schüsse gehört grad. Ein Schuss. Echt? So oder? Ja. Ich hab nicht geschossen. Ich hab auch nichts gehört. Die Web ist so groß, dass man halt die Schüsse manchmal... Das sind ja gar nicht. Alter. Oh, hier ist noch ne Leiche. Wer ist es? Kann ich auch nicht identifizieren, Alter. Aber hattest du's noch nicht mal diesen Bug? Ich bewege mich. Ja. Aber den... Ich konnte jetzt in der Zeit eigentlich... Uns bleibt die stehen, ne? Aber wenn die ein Radar haben... Ich glaub es sind Kevin und Kutcher. Nee, die sind... Beide könnte es nicht sein. Einer von euch beiden. Also bei mir steht bei beiden Missing in Action. Nee, aber die beide Fake waren die hatten. Oder Death Ringer meine ich. Vorher machen die beide auch immer Death Ringer. Ja, aber die würden jetzt nicht so lange nichts machen. Egal, wir haben 35 Sekunden. Einfach chill. Einfach chill. Ich bleib in Bewegung. Ich bleib auch in Bewegung. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Runde jetzt auflöst, Alter. Ich denke, es sind einfach Kevin und Kutcher, die versagt haben. Am Ende ist es Max. Aber Max kann ich mir auch verstellen. Oh, ist hier ein? Johnny? Okay, lass mich in Ruhe. Okay. Ich bin aber leider Traitor und die Zeit läuft ab. Nee. Das wird wirklich ärgerlich. Dich hol ich noch. Okay, Max schießt. 10. Wenigstens 1. Hey, ich hab dreimal direkt auf Johnny gesnipet und es hat keinen Damage gemacht. Ich hab nicht mal was gehört. Hast du das gesehen, Kevin? Also ich hab nicht... Die hat nichts sonst. Du musst quasi... Vielleicht muss ich höher zielen. Ja, musst du wirklich. Ja, Kevin hat gesagt, ich soll direkt auf Buddy. Also ich, wenn ich die Cops wieder... Ja, also bei den Mainz ist es auch so. Aber so eine Map ist ja in CS nicht so groß. Also es ist wirklich so. Also es ist wirklich so. Ich musste auch quasi weiter nach rechts ziehen, wenn ihr euch bewegt habt. Also ich immer, wenn ich immer auf dem... So, wenn ich jetzt wieder inno bin, ne? Da war ich jede fucking... Aber ich hatte halt einen Deathringer, aber irgendwie... Vielleicht hat er dich einfach getötet, oder? Ja, so durchstehst du sogar. Bist du auch wirklich gestorben, oder was? Ja, ja, ich bin richtig... Weil du bist halt so in Rauch aufgegangen. Ja, ja. Normalerweise wäre ich vielleicht danach Invis jetzt gewesen, aber du hast mich halt instinct, glaub ich... Vielleicht hat er... Welche Waffe war das? Vielleicht Headshot gegeben, einfach... Ich glaub, er hat einfach mehrere Schüsse abgeht. Guck mal hier. Ist hier... Die... Die Waffe leuchtet bei mir auch übelst krass. Sniper? Dinger? Ne, die... Die... So... Sola und Kutscher hinter mir. Alter, willst du mich ver... Hä? Johnny? Johnny tot? Ne, ich lebe, ich lebe. Achso. Das wär's halt. Oh, wer ist das? Sola ist bei mir? Ich... Ich gehe in Frieden vorbei. An der andere Seite der Karte. Gut, 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 gut. Mann ey, ich lauf grad offen, ey. Da wär hier irgendein mit ner Taube, alter. Das ist nur was das vorher. Die Taube ist immer so... Haben wir jetzt eigentlich schon mal ausgetestet, ob man die Taube abknallen kann? Ja, schieß mal jemand auf mich. Hm. Glaubet ihr mich, die kann man wirklich abknallen? Ich glaub ja nicht. Okay. Ne, ich glaub ich auch nicht, dass das programmierbar ist. So was wär cool. Das Ding ist halt so schnell, ey. Ja, dass du das treffen musst. Oh, irgendwer hat wirklich mit der Taube geschossen, glaub ich. Ich hab ne Explosion gehört. Alter, fuck, ich beweg mich. Ich... Jetzt ist er raus, so jetzt kann man laufen. Alter. Ist jemand tot? Kutscher? Ne, ich lehne euch, kommt von diesem Scheiß nicht mehr runter. Sola? Nein, Sola tot. Aber Kutscher, du bist übel leise. Du musst mal näher ranrücken wieder. Ich hab nur noch 50 HP, weil ich vom Taube gefallen bin. Oh Gott. Okay, aber Sola ist jetzt tot, oder was? Hat das wer mitbekommen? Also ich hab die Explosion gehört. Ich hab dir nichts mit auf meinem Türmchen gehört. Ich hab nur Explosion... Du hast bestimmt geschossen, du Sack. Ja, vom Türmchen. Ja, schön mit der Taube. Ich benutze nie die Taube. Ja, ich leb noch, aber ich hab keinen Bock hier, jetzt wieder zu sterben. Okay, ich seh ihr Kutscher. Okay, ich verpiss mich wieder, ja? Ja, mach mal bitte. Ja, danke. Ja, wie? Danke denn alle. Warum hast du da dann so ein Interesse? Oh, irgendwer schießt auf mich! Ah! Von da! Von wo? Oh, von da! Ah! Ich seh's! Warte mal! Und wo war das? Irgendwer hat auf mich geschossen. Dich sehe, du kleiner Rabauke! Also Kutscher war auf seinem Turm da oben, ne? Ich bin da grad runter gegangen. Ja, nee! Ich war oben bei auf dem grünen Ding. Ja, wo hinter mir? Hinter dir? Ausfindig mache. Von welcher Richtung kam der Schuss? Ich lauf hier einfach mit der Shotgun rum, das ist so dumm. Da müsstest du es ja vielleicht wissen. Da rechte ich grad richtig schön im Auge ab. Hä, mich? Wenn einer sowas sagt, einfach alle Angst. Hä, ja, oh, auf mich wird geschossen. Ich glaub Max ist es. Hä? Na ja, wenn Kevin inno ist, dann ist es auf jeden Fall, Max. Das liegt hier grade so bei mir rum, obwohl er wusste, dass ich hier bin. Hier ist doch auf jeden Fall. Max ist es, Max ist es. Nein! What the fuck? Du hast grade auf mich geschossen. Ich weiß nicht wo du bist. Du hast grade auf mich geschossen. Du hast grade auf mich geschossen. Ich glaub, wir waren bei diesem dunkelgrünen. Was für ein Turm bist denn drauf? Bei dem grünen, Max ist es hundertprozentig. Oh, oh, oh. Ja, also eh. Ich guck gerade alle Türme an und ich seh keinen Kopf. Ja, ich, ich hier bin ich. Aber ich geh nur einfach kurz hoch. Fick der, der snipe da immer noch. Irgendwo mitten in der Map oder bei den Festungen oder? Nein, auf den Festungen. Alter, ich seh. Oh mein Gott, da spritzt Blut. Da spritzt Blut. Okay. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich bin gar nicht da oben drauf. Irgendwer schießt mich an. Ja, Burning Pump! No! Ich sterbe. Irgendwer, irgendein Wichser. Oh mein Gott, ich hasse euch. Burning Pump? Wow! Was war das denn, Alter? Nice, Johnny. Oh, ich hab einfach so ne neue Waffe ausprobiert. Ein Schuss, ein Hit und auf einmal schreist du. Oh, hätte Kutscher da richtig getroffen, wär ich gefickt gewesen. Ja, ich hab leider nicht mehr gezielt. Ja, das war ne weiter Runde. TTT. Morgen geht's weiter bei... Nee, Dienstag geht's weiter bei Kevin. Nee, Sonntag geht's weiter. Nee, Sonntag geht's weiter bei Sola. Playlist-Link aber auch in der Beschreibung. Aber auch nochmal die Kanäle. Und ja, schickt uns Playlist oder whatever. Wir sehen uns. Tschüssi.